Bhagavad-Gita, erstes Kapitel, Verse 21-22 Arjuna sagte, O Unfehlbare, bitte lenke meinen Streitwagen zwischen die beiden Armeen, sodass ich sehen kann, wer hier anwesend ist, wen es zu kämpfen verlangt und mit wem ich mich in dieser großen Schlacht zu messen habe. Erklärung Obwohl Shri Krishna der höchste persönliche Gott ist, beschäftigte er sich aus seiner grundlosen Barmherzigkeit im Dienste seines Freundes. Er ist seinen Geweihten immer zu geneigt, und deshalb wird er als Unfehlbarer angesprochen. Als Wagenlenker musste er Arjunas Befehl ausführen, und da er nicht zögerte, dies zu tun, wird er als Unfehlbarer bezeichnet. Obwohl er die Rolle als Wagenlenker seines Geweihten akzeptiert hatte, war seine Position als der höchste dennoch unangefochten. Unter allen Umständen ist er der höchste persönliche Gott, Rishikesha, der Herr aller Sinne. Die Beziehung zwischen dem Herrn und seinen Geweihten ist voller Liebe und transzendental. Der Gott Geweihte ist immer bereit, dem Herrn zu dienen, und so sucht auch der Herr ständig nach einer Gelegenheit, seinem Geweihten irgendeinen Dienst zu erweisen. Er findet größere Freude daran, wenn sein reiner Geweihte die Position einnimmt, ihm zu befehlen, als wenn er es ist, der Befehle erteilt. Da er der Meister ist, muss jeder seinen Anordnungen nachkommen, und es befindet sich niemand über ihm, der ihm Anweisungen geben könnte. Doch wenn ihm ein reiner Gott geweihte Befehle gibt, erfährt er transzendentale Freude, obwohl er unter allen Umständen der unfehlbare Meister ist. Als reiner Gott Geweihte hatte Arjuna kein Verlangen, mit seinen Vätern und Brüdern zu kämpfen. Doch durch den Eigensinn Duryodanas, der sich mit keiner friedlichen Übereinkunft einverstanden erklärte, war er gezwungen, das Schlachtfeld zu betreten. Deshalb wollte er sehen, wer die anwesenden Feldherren waren. Obwohl zu diesem Zeitpunkt auf dem Schlachtfeld jedes Bemühen um eine friedliche Lösung ausgeschlossen war, wollte er seine Gegner dennoch sehen und erfahren, wie sehr sie danach drängten, diesen unerwünschten Krieg zu führen.